Es muss noch direkt hier nebenan sein, ne? Aufpassen. So. Aha, das ist ein neuer Höhlenabschnitt. Na? Da kommen sie von überall. So, hoffen wir mal, dass wir mal ein bisschen Eisen finden. Da war hier noch ein Skelett. Aufpassen jetzt her, dass wir uns hier nicht wieder... Da ist Redstone. So, von dort kamen wir. Oh, verdammt dunkel hier. Da ist noch Gold. Kupfer. Ah, wir haben hier alles mögliche, aber kein Eisen. So, ich leuchte das mal erstmal im alarmischen Eisen. Da geht's auch nochmal nach unten. Da ist noch Eisen. Ja, mhm, mhm, mhm. Redstone. Gut. Dann werden wir uns das mal anbauen. So, ich muss das mal eben aus der Wand holen. Hier geht's auch noch ganz schön nach unten. Na, ich werde mal eben hier mal ein paar Fackeln setzen. Das ist natürlich verlockend. Auch im Hinblick auf eventuell Diamanten. Ich bleib erstmal eben hier oben. So. 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 Da ist noch Gold. Und da ist ein Creeper. So. 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 Ah. Ah. So, ich sammle das Kupfer eben auch nochmal mit ein. Ja, das können wir ja gut in unserer Tinkerschmelze ja auch dann verwenden. Hier mit unserem Bronze. Ist ja nicht auch so eine Art Eisenersatz geworden mit Tinkers. Weil von dem Kupfer, da gibt es ja nicht so viel. Das ist ja das ist der Wahnsinn. Sieht aus auch gar nicht genau. Ohne das Tinkers würde ich das gar nicht einsammeln. Ja, da werden wir wahrscheinlich nur umdenken müssen, dass wir dann mit Eisen entscheiden, aber auch mal ein bisschen sparsamer dann auch umgehen und dann mehr auf Kupfer setzen. Ach, ich nehme das jetzt einfach alles mal mit, was ich hier so finde. Ich sage nur aufpassen hier, da ist noch Eisen. Ja, dass man sich jetzt hier nicht zu übermütig jetzt nach vorne wagt. Ah, Gold, schön. Na, das ist nochmal was. Ah ja, schön. Also, ich probiere jetzt einfach auch mal ganz frech mal hier mit dem hier mit dem Hammer vielleicht auch einfach mal oder hier mit dem, ja mal so ein bisschen hier ein bisschen gröber auch mal hier diese Sachen hier abzutragen. Mal sehen, mal hier. Ne, das geht nicht, ne. Ne, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem anderen hinbekomme, hier mit dem mit dem Bronze. Muss mal eben schauen. Der hat Harvest Tier Diamond und der hat Harvest Tier Diamond. Ach, der ist einfach nur langsam, ne. Da müsste er ja nicht mit dem Gold. Ja, das hat funktioniert. Genau, der ist einfach nur langsam. So, mal eben hier die Lava, mal eben abknipsen. So, haben wir noch Gold. Ah, hab ich dich gehört hier. Da. Eine Seide, sehr schön. Oh, da haben wir noch Eisen. noch mehr. Noch mehr. Scheint die richtige Höhe zu sein hier für Eisen. So, da ist noch Redstone, den hätte ich ja auch ganz gerne noch. Ah, da ist Diamant, ne. Ah, ja. Da ist Diamant, ne. Ich meine, dass da was Grünes blitzt. Oder sind das diese Leucht? Nein, nein, das sind diese Inke-Sacks von den, ah, von diesen Leuchtfischen. Ja, das ist natürlich sehr verlockend. Also jetzt mal eben in aller Ruhe mal eben hier oben erstmal eben das Eisen mal eben wegklopsen hier. Glaub ich noch Fackeln, ja. Da ist auch noch Redstone, da ist auch noch Gold. Namasein. Namasein. ... Awesome ... ... Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht.